Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder zuschaut. Heute machen wir ein Kartoffelbrot. Das Ganze funktioniert mit mehlig kochenden Kartoffeln, allerdings könnt ihr auch Süßkartoffeln verwenden. An Zutaten benötigen wir 500 Gramm mehlig kochende Kartoffeln, die natürlich geschält, 500 Gramm Mehl Typ 550, 10 Gramm Salz, 1 Teelöffel Kräuter der Provence, ein Päckchen Trockenhefe in halbem Teelöffel Zucker, 2 Esslöffel Olivenöl und 300 Milliliter Kartoffelwasser. Zuerst werden die Kartoffeln in leicht gesalzenem Wasser gekocht, danach wird das Wasser abgegossen und dabei fangt ihr 300 Milliliter des Wassers auf. Dann werden die gekochten Kartoffeln durch den Fleischwolf gedreht und in eine hitzebeständige Rührschüssel aufgefangen. Bei den Kartoffeln und dem Kartoffelwasser darauf achten, dass es noch warm ist, da wir die Hitze noch für die Hefe brauchen. Dann können wir auch schon die restlichen Zutaten dazugeben und das dann mit dem Knethaken gut durchkneten. Bei mir ist das Ganze in der KitchenAid. Ich mache das auf Stufe 2 bis 4 und ganz wichtig ist, dass ihr es lang genug knetet, etwa 7 bis 8 Minuten richtig, richtig gut durchkneten. Während dem Kneten deckt ihr das Ganze mit einem großen Geschirrtuch ab, damit sich einfach die Wärme gut verteilen kann, die wir für die Hefe brauchen. Und nach dem Kneten wieder abdecken und 25 Minuten ruhen lassen, am besten an einem warmen Ort. Dann lasse ich es nochmal 5 Minuten bei Stufe 2 gut durchkneten. Und nochmal weitere 20 Minuten gehen lassen. Dann könnt ihr den Teig in eure vorbereitete, also eingefettete Kastenform geben und sie dann nochmal für 30 Minuten ruhen lassen. Also plant euch wirklich genug Zeit ein, wenn ihr dieses Kartoffelbrot macht, wenn ihr sowieso den ganzen Tag zu Hause seid am besten. In der Zwischenzeit heizt ihr den Ofen auf 220 Grad Umluft vor. Dann könnt ihr die Backform in den Ofen geben, den Ofen mit Wasser besprühen, die Tür sofort schließen und auf 190 Grad runterdrehen. Dann das Brot etwa 50 bis 60 Minuten backen. Auch hier könnt ihr wie bei einem Kuchen wieder die Stäbchenprobe anwenden. Zwischendurch immer mal wieder Wasser in den Ofen sprühen, aber die Ofentür direkt schließen. Ja, das war es dann auch schon wieder und vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Amen. Alles gut.